Hiermit ist es bestätigt. Es gab ja eine Zeit lang das Gerücht, dass Wattenscheid doch in der Regionalliga teilbleibt, weil Düren ja den Zwangsabschluss bekommt. Das zögert sich jetzt auf nächste Woche Montag raus. Dementsprechend ist es ein Scheiß für Wattenscheid, weil die nicht planen können für die Regionalliga oder für die Oberliga. Dementsprechend haben sie jetzt das Einzige gemacht, was sie machen könnten. Das Einzigrichtige und auch sportlich gesehen Richtige, da sie ja am Ende der Saison vorletzter waren. Wattenscheid, halt eigentlich Drittletzter, aber Kammerin Born als Letzter geworden ist, durch den Direktabstieg in die Kreisliga, eher gesagt in die Oberliga, weil sie nicht in der Lage waren, einen Kreisligaantrag zu stellen. Aber hiermit ist Wattenscheid nächstes Jahr in der 5. Liga, egal ob jetzt Düren, was jetzt auch immer da passiert, weil Wattenscheid keine Lust hat, jetzt noch länger zu warten und sie auch langsam mal anfangen müssen zu planen, weil sonst könnte das echt nach hinten losgehen, weil man muss früh genug anfangen zu planen. Und jetzt haben sie hiermit gesagt, dass sie nicht in der Regionalliga teilnehmen werden, falls Düren doch runtergehen sollte. Auch wenn es hier nirgendwo steht, dass es da mitbezogen ist, aber die wären sonst halt nicht in der Liga gewesen, würde Düren nicht vielleicht doch runtergehen. Aber so wie es aussieht, ja, Wattenscheid kein Bock darauf, macht das einzig Richtige und entscheidet sich dafür, in der 5. Liga nächstes Jahr zu spielen. Viel Erfolg dabei und vielleicht steigen sie ja wieder direkt auf, mal sehen. Aber auf jeden Fall hat es sie ja so oder so lange genug rausgezogen, weil es war ja immer noch unglaublich, jetzt in der Regionalliga zu spielen oder Oberliga. Jetzt haben sie es selber in die Hand genommen und gesagt, wir spielen nächstes Jahr Oberliga. Und jetzt haben sie ja wieder.